Ein Taugenichts ist doch im Sprachgebrauch ganz genau jemand, der auf Kosten der anderen lebt, der sich selber nicht einbringt, der sich unsozial verhält. Das ist ein Taugenichts, den man zu nichts brauchen kann, der anderen drehen. Wer ist das zum Beispiel? An wen denken Sie da? Das sind beispielsweise Bürgergeldempfänger, die arbeitsfähig wären und eine zumutbare Arbeit ablehnen. Das ist nicht der Bürgergeldempfänger, der wirklich bedürftig ist, der krank ist und so weiter, sondern das ist einer, der auf Kosten der anderen lebt, obwohl er anders könnte. Und ein Taugenichts ist auch jemand, der in einer Regierung sitzt, keinen Schulabschluss hat, den Leuten Käse erzählt und selber noch nie gearbeitet hat und am Ende Dinge an die Wand fährt. Auch das ist ein Taugenichts. An wen denken Sie jetzt konkret? Ja, brauche ich keinen Namen nennen, vielleicht fallen Ihnen selber einige ein. Sagen Sie doch. Das andere habe ich gesagt, dem Bürgergeld. Nein, weil ich dann angezeigt werde, vielleicht von jemand. Das andere geht um. Ja, 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 ja. Ich bin nicht fertig. Hier ist es ein jesußer Film. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020